Wollen wir mal langlaufen hier? Ja, das war scheiße. Das war, ja, war zwar schön aus, aber das hat nicht so geklappt. Kann ich da nicht hinschießen? Na also... Ja, das war zwar eben sehr gut aus, aber hat nicht so geklappt. Hätte auch einfach mal den Haken nehmen können. Und mit dahin dann einfach hinschwingen da hinten. Aber... Ja, ich hab auch nicht an alles gedacht. Geh mir zu. So, wir müssen doch hier wieder vorbeikommen. Hier, da kommt euch wieder. Oh ja. Da wollen wir wieder zu. Einmal... Einmal zum Mitfahren. Ich mach auch mitfahren, danke. Ach... Na also, geht doch. Oh! Hat ja nicht gesprungen, ey. Hat ja nicht geschwimmen, ey. Hat ja nicht geschwimmen, äh, schweben wollte er ja nicht. So, haben wir hier noch nicht fertig. Der seitdem war auch nix mehr, ne? Oder war hier oben noch was? Ahhhh... Ach ja, da oben diese Truhe war ja da auch noch. Ja, können wir nochmal zurück, aber... Muss ich eigentlich mal darüber. Äh... Ach ja, da war ja auch noch eine. Ja, stimmt. Ja, stimmt. Da war... Mann, glaube ich. Mann, glaube ich. Mann, glaube ich. Was ähnliches wie... Wie hier eben. Ja, warte mal. Äh... Noch mal besser machen. Das wird so nicht funktionieren. Ja, wir abwarten. Naja... Ja, wir sind dann zu viel Schwung, glaube ich, hier drin, aber... Gut zu reichen, ne? Na ja. So. Mal kommen da drüber, weil wir da noch was holen wollen. Ich will da noch was holen. Habe ich mir doch sparen können. Naja, egal. Äh... Da will ich auch nochmal hin. Ach genau, das war die... Das war die Truhe, die ich meinte eben. So, wie... Wie kam ich denn da hoch? Wie ging das? War doch hier... Äh... Ja, irgendwie ging das mal. Aber ich muss mal gucken. Muss mal überlegen. Kann man jetzt... Kann man da irgendwie hoch? Kann er nicht. Aber es... Na also... So... Äh... Ja, ich muss nur da rüber kommen. Einmal da rüber springen. Dann da hoch. Ja, ein Mafal, dann hier ein Mafal rüber. Aber... Das klappt nicht. Weil... Das halt nicht klappt. Ja, warte mal. Ja, guck mal her. Ja... Das klappt auch nicht, ne? Einer zwar hoch, aber noch nicht hoch genug oder so war das, ne? Äh... War doch irgendwie mit dem hier noch was zu machen. Ohja... So... Komm wieder runter. Ist gut und schön. So, ich kann jetzt auch da rüber. Ne, kann ich nicht. Verdammt. Ja... Scheiße. Aber ich kann jetzt auch da werden drüber. Am Rätsel dann ganz nochmal. Weil ich das, äh... Ja... Verpennt habe. Irgendwie. Na sowas war... Das war auch nett, aber nicht so wie ich mir dachte. So... Das reicht ja nur unten unten nicht. Ich muss ja noch... Ich muss ja noch, äh... Oben drauf kommen. Ohja... Ja... Das klappt aber auch nicht so wirklich. Ja, jetzt brauch ich nochmal den... Ne, da von unten. Irgendwie, ja? Ja... Das bringt mir jetzt auch nichts. Ich will da auch! Ja, da... Komm ich nicht, komm ich nicht wohnt hin? Ne, ne? Da ist ja kein Portal. Gibt's ja echt keine... Da komm ich auch. Da komm ich mal hin. Da komm ich mal hin. So. Boah, müsste ja auch funktioniert. Gut. Ich war jetzt vorher... Einfach an... Ich hab das eher komplizierter gemacht, als es hätte sein sollen, aber... Naja. So, irgendwo hier... Oh, noch eins. Aber ich hab ja noch keins gesehen beim letzten Mal. Äh... Mal gucken. Irgendwo hier muss auch... Es sollte auch noch irgendwo eins sein. Hab ja aber noch keins gesehen. Hier geht's auch nicht, weil... Ey, kommt irgendwo... Da kommt wohl von oben irgendwie rein. Von oben soll das wohl gehen. Da rein zu kommen. Ach, da. Hab ich da hab ich gesehen. Da ist es. Aber ich hab doch überall... Da... Aber das doch irgendwie doch... Ja. Irgendwie so irgendwie... Er hat's gesehen. Ich glaub irgendwie so... Vorbeigehuscht irgendwie. Ganz kurz. Ich hab euch kurz angehalten, das Video. Und da hab ich's ja gesehen. Hier ist es. Jawoll. Hier ist sie. Ein Stück ist Lebensdarm. Hier. Lebensdarm voll. Ja. Super. Ohja. Ohja. Jetzt nochmal hier auch fertig, ne. Auf der Seite. Ja. Ich sammle hier so ein ganzes Trug. Da hab ich von den Hitern noch nicht nochmal ganz machen müssen. Lieber jetzt als nie. Äh, lieber... Ja, ich bin lieber jetzt als später. Aber die eigentlich sagen. Aber... Egal. Ja. Ich nehme ja jetzt als nie. Passt ja auch. Passt ja auch wunderbar. So. Hab mir ganzes Kram nochmal... Eigentlich sparen können viele von der Aktion hier. Aber... Ah, ja. So. Komm wieder zurück. Weil wir hier fertig sind. Auf der Seite. Waren nämlich alle. So. Ähm... Ja. So. Ja. Das war wieder Scheiße. Können wir mal mit reinspringen mit dem... mit Karacho und dann geht das schon. Fert auf. Oh, der wollte sich wieder abdrehen. Er ist abgedreht. So. Okay. Mal hier. Das fertig. So. Jetzt kann ich... Na mal mehr. Na mal mehr. Ja. Manchmal sagt er mir das an. Und manchmal auch nicht. Manchmal auch nicht. Ich komme jetzt noch nicht rüber. Ich weiß es nicht. Ich weiß es jetzt auch nicht so wirklich. Ich bin auf der richtigen Seite angekommen. Na ja. Komisch. Aber... So. Jetzt muss ich nach rechts. Zu dem zweiten glaube ich war das. Ne. Das war ja nur der zweite. Hier nehmen wir zum ersten zurück. So war das. Da war nämlich auch noch was. Komm her. Bevor wir uns Trager entgegenstellen will ich hier komplett ausdrückt werden. Da habe ich nichts übersehen hier. Ich weiß es ob wir hier nochmal herkommen. Ich weiß es nämlich auch nicht. Ich kann mir sagen wir gar nicht mehr zurückkommen. Dann wäre natürlich blöd. Das war ja alles übersehen. Deswegen machen wir jetzt. Als ja nie später etc. Ist ja egal wann. Hauptsache jetzt. Ladevorgang. Ich will nicht laden. Ich will spielen. Danke. Ja ladevorgang. Ich weiß es nicht was er manchmal ist weil ich auch das Gefühl der kommt irgendwie nicht nachher oder so. Ich weiß nicht. Äh. So. Okay. Hier nehmen wir nach. Rechts. Aber nach unten. Ohja. Mhhh. So. Wollen wir mal hier lang. So. Ich frage. Wie komme ich jetzt? Was? Wie komme ich denn da hin? Ach da. Da oben. Ich frage. Wie komme ich denn da hoch? Da oben muss das Ding sein. Ich frage. Wie man da hin kommen soll. Na so zum Beispiel. Da sind wir ihnen ab. Komm schon. Ohja. Da muss ich ja mal kurz runter holen lohb ich. Äh. Na ja. Ja, jetzt macht das in mir auch. So, und Render, in die Gipischhube. Was ist denn die Karte vermutlich? Ich glaube, das ist die Karte. Hilft bestimmt auch gut. Ja, da ist dieser Boss da unten. So, jetzt haben wir hier alles, können alles gucken, ob wir alles erkundet haben. So, einer ist da ja, noch auf der anderen Seite, ja. Jan ist glaube ich unten. Wenn mich nicht alles, wenn mich nicht irret. Ich müsste hier unten sein, nach der Treppe irgendwo. Ja, ich muss auf der anderen Seite lang, okay. Hör zu. Aaaaaaah. Warte mal. Huh. Geh ich denn hin? Ja, hat mir irgendwas gebracht. Komm ich doch eh nicht rüber, oder? Da hab ich den Sprung. Ich weiß nicht mehr. Ne, den nicht mehr. Den hab ich nicht. Tschüss. Ja, ich fall immer runter, weil ich den Sprung nicht gut einschätzen kann. Leider. Das ist doof. Ich weiß. Das ist mich... Dämlich, aber... Naja, aus Fehlern lernt man nicht. Ich, woher tue es nicht. Ja. Naja. Mach die Tür auf. Danke. Biss... Bisschen mich. Ich hab mich selbst ausgesperrt. Eigentlich sperrt, wie man das sagen soll. So, nochmal das Ganze. Mal hier auch weiter. Du fahr. Mal hier auch durch, ne? Da hat noch nen Haken. Oh, den brauch ich grad gar nicht, oder? Ne? Aber doch. Ich komm mich nicht hin jetzt hoch. Ich muss doch da lang, ne? Ja, klar. Äh, wie war das jetzt? Nein, falsch. Äh, ja. Äh, ja. Äh, ja, wenn man so doof ist, wie ich, dann passiert genau sowas. Ja. Ich brauch dazu nix, was da sagen, denk ich mal, ne? Manchmal sag's echt wie taun, mehr als taunen Worte. Fade sagen mehr als taunen Worte. Oder Fehlpflege, wie man das immer sagen soll. So, nochmal. Dann nochmal. Äh, wie ging das jetzt hier nochmal? Das hab ich vergessen, alles. Schlimm. So. Da kam ich rüber, ja. Wenn auch knapp. Oh, guck mal rüber. Ist hier wieder zu? Ich geh jetzt grad zu, da ist hier grad etwas. Hat auch geklappt. Aber war hier nicht so, wie mir das gedacht war. Das war jetzt auch eher schlecht. Wie kann ich, wie kann ich, wie hab das jetzt mein gekriegt, ey? Wie ging das? Verdammt nochmal. Da ist auch kein Portal da oben, ne? Na, das wird wahrscheinlich nicht reichen, nimm mir an. Ich weiß mal, ich kann's mal probieren, aber ich glaube, das wird nicht reichen. Ja, so erst recht, wenn man nicht mal hinspringt, ähm, er hat mir immer voll die, voll die übel Probleme mit dieser blöden Steuerung manchmal. Mein Gamepad will nicht. Sagen wir mal so. Ah. Hat doch so geklappt. Na ja, und dann? Dann ist ja alles gut. Das war ja noch einfacher hier. Das waren noch Zeiten, wo es einfach war. Was will er denn? Komm her. So. 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 Super. So angekommen. Wieder mal hier. Lange nicht gewesen. Ein paar Folgen her. So. Okay. Wo waren jetzt die blöden Drohnen? Über uns. Na ja, fast über uns. Irgendwo da oben. Da oben irgendwo. Ja, irgendwo, wo man sie nicht sieht. Ja, voll verarscht, ne? Was macht da, was war, was macht denn das Teil hier? Kommt damit nach oben. Ah, da können wir auch dahin, wo die das Ding war. Oder? Oder haben wir das Gefühl, das war jetzt nach O zu hoch fahren. Hm, hab eher das Gefühl, das war zu hoch fahren. Aber, mal gucken. Äh, ich glaube, die sind da falsch. Oder? Vielleicht auch nicht. Ich weiß es ja nicht. Mal gucken. Mal gucken, wo wir hier landen, wo wir hier sind. Hier ist die Tür hinzu. Äh. Wo kommen wir denn da hin? Wo sind wir denn hier eigentlich? Kommen wir hier nur wieder dahin, wo ich eigentlich... Ah, ich muss. Ah, ich muss da hoch. Ich muss da hoch. Um da oben ran zu kommen. Ich denke mal, dass ich das machen muss. Ich weiß mal, ob das stimmt, aber... Mh. Cookie Cookie machen. Wie gesagt, was soll. Wir haben ja Zeit, wir haben ja alle Zeit der Welt. Ja, äh. Trotzdem ist das falsch, ja. Kann ja sein. Dass wir uns irgendwie laufen haben. Wir sind für Irrt. Wir sind für Irrt. Was? Pfft. Qu суп. ных… Was wir uns?